jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute bei der mtb zone spray in mülheim an der ruhr und heute ist das offizielle opening wir nehmen euch heute so ein bisschen mit der mark die pott legend ist übrigens auch da sehen gerade nicht aber wir werden sicherheit später sehen wir schauen uns das ganze mal an verbringen hier einen schönen tag und nehmen euch so ein bisschen mit viel spaß beim video so leute wir haben uns mal in die lounge zurückgezogen weil unten steht ja dieses sexy meter sx ist auf jeden fall sehr entspannt sehr cool hier und ist auch schon relativ viel los tatsächlich also wir hätten gar nicht gedacht dass von anfang an so viele leute da sind ich warte jetzt sozusagen auf meinen tattoo termin denn ja eigentlich die ganze crew von uns damals vom breaken hat ja sich xx tätowieren lassen accident crew hießen wir und gleich gehe ich da rüber ich weiß ja nicht wie sieht es da aus drüben haben so ein mini tattoo studio aufgebaut für eine coole idee und ja als nächstes bin ich dran wir müssen auch noch gleich den manual trainer ausprobieren weil ich also manual proben und ja dann müssen wir noch eine bratwurst essen ja und ja sonst verbringen wir eine gute zeit ist auf jeden fall cool freut mich mega das so gut besucht ist schon und ja wenn ihr bock habt auch mal so vorbei zu kommen der laden hat natürlich auch so ganz normal auf und ihr könnt hier alles abchecken kommen immer wieder neue räder und so weiter und ich bin gespannt ja was noch neues passiert wir nehmen weiter mit durch den tag und ja ich glaube erst fertig mit dem tattoo ich glaube jetzt bin ich gleich dran wir gehen mal gucken ich bin dafür du machst dir so ein gravel bike dazu ja ne ich kriege ja das jetzt das mit dem herz ja mit der herzraute ja das sieht ein bisschen ängstlich aus ja ich habe Angst ganz toll normalerweise nehme ich immer vorher eine tabor ja damit ich ein bisschen entspannt bin viel spaß wenn sonst ist das so gescheit ne vorgeweih sagt man das denn noch aber arschgeweih sagt man wie heißt das denn in der fachsprache wir haben viele so lustige namen schon viel schwarz richtig reingeprügelt an der armen hier das echt wo ist der uhr ui das ist echt nicht so einfach ich glaube direkt ohne bremse ist einfacher oder ja so genau was für den punkt du musst halt einmal gucken arme lang lassen sobald du die arme ein bisschen ran ziehst hast du verloren die arme müssen immer gestreckt bleiben bei 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 so leute wir sind auf dem rückweg beziehungsweise wir treffen uns jetzt noch mal mark seine freundin zum essen vielen dank für die einladung mtb sound spree war ein cooles event hat bock gemacht alles auszuprobieren danke auch an die liebe kate endlich fürs tattoo und ja also ich finde es auf jeden fall ein gelungenes event das wetter hätte ein bisschen wärmer noch sein können aber ich denke mal das wird nicht das letzte event gewesen sein und dann vielleicht das nächste mal auch noch mit ein bisschen mehr sonne und wärmer und ja wir fahren auf jeden fall zu hause ich habe noch mit dem flo gequatscht und dem andre für noch so ein paar video ideen das heißt demnächst kommen auch wieder ein paar mehr videos aus dem shop wenn ihr euch für ein bike interessiert oder teile klamotten was auch immer findet ihr mal den link unter allen videos in der video beschreibung schaut gerne vorbei super nettes team hilfsbereit ihr werdet auf jeden fall hier gut unterstützt so wie wir auch und bestellt einen lieben gruß wenn ihr vorbeischaut wir sehen uns im nächsten video bis dahin wir sehen uns im nächsten video bis dahin